Ob Stephanie Giesinger mit diesem Backlash gerechnet hätte? Das Model ist aktuell in New York und teilt von dort eine neue Aufnahme auf seinen Instagram-Account. Darin wirft sie sich in ein aufreizendes Outfit. Mit diesem kann sie bei ihren Fans allerdings so gar nicht landen. Über einen Zweiteiler aus Strick zieht Stephanie eine Jeans, bei der an Stoff nur so gespart wurde. Dasselbe gilt für das dunkelrote Oberteil, das lediglich ihre Arme bedeckt. Auffälliger Schmuck, Boots, Handtasche, eine Sonnenbrille und noch nasse Haare machen den Look perfekt. Was ist das? fragt ein User in der Kommentarspalte. Ein anderer zeigt sich über die aktuellen Fashion-Trends mehr als irritiert. Die Mode wird immer komischer und irre. Ich verstehe nicht, was manche Kleidungsstücke sollen. Und ein weiterer Fan scherzt. Oma Annegret würde denken, die Sachen seien kaputt und ihr Geld zurückverlangen. Alles voller Löcher. Auch wenn das Outfit nicht bei allen gut ankommt, ist eines sicher. Ein Hingucker ist Stephanie Giesinger. Damit alle mal.